Aetras Sohn wurde groß und stark, was zu erwarten war, schließlich hatte er ja zwei mächtige Väter. Sie nannte ihn Theseus, was so viel wie die Versammlung bedeutet. Vielleicht, weil sie hoffte, er würde all die Leute in Griechenland zu einer großen glücklichen Familie versammeln. Oder vielleicht, weil das Kind so hyperaktiv war, dass sich eine Armee von Kindermädchen versammeln musste, um auf ihn aufzupassen. Die meisten Halbgötter, die mir über den Weg gelaufen sind, haben ADHS. Das hält einen in der Schlacht am Leben, weil man einfach alles wahrnimmt. Aber Theseus war das ursprüngliche ADHS-Aushängeschild. Er war schon in den Windeln hyperaktiv. Er hüpfte von einer korinthischen Säule zur nächsten. Er war das Kind nach einem Megabecher Kaffee. Der defizitäre Halbgott, der, also, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Das Kind war wie ein Sack Flöhe. Während er aufwuchs, gingen ihm schnell die Sachen aus, die er tun, und die Bösewichte, die er killen konnte. Alle Monster in der Nähe von Treuzen? Erledigt. Banditen, Mörder, böse Genies, die das alte Griechenland erobern wollte? Aus dem Weg geräumt. Sie waren alle schon tot, bevor es Zeit für Theseus' Mittagsschläfchen war. Als er endlich 17 war, war Theseus so geübt im Kampf und so unglaublich gelangweilt, dass seine Mom beschloss, ihn endlich zu seinem Vater nach Athen zu schicken. Sie brauchte eine Pause. Sie führte ihn zu dem Hügel mit dem großen Felsen. Mein Sohn, sagte sie, dein wirklicher Vater ist Aigeus, König von Athen. Oder vielleicht Poseidon, Gott der Meere. Oder vielleicht auch beide. Sie versuchte, die Details zu erklären, aber Theseus verlor schnell das Interesse. Was geht mit dem Felsen? Aigeus sagte, wenn du alt genug bist, soll ich dich hierher bringen. Wenn du einen Weg findest, den Felsen zu verschieben, kannst du die darunter verborgenen Geschenke heben und zu deinem Vater nach Athen gehen. Geschenke? Cool! Theseus ging um den Felsen herum und drückte seine Hände gegen den Stein. Heb dir keinen Bruch, warnt es seine Mutter. Dein Vater hat ein Dutzend Männer und ein Pferdegespann gebraucht, um... Boom! Der Felsen kippte um und rollte den Hügel hinab. Theseus hatte zwar die Aufmerksamkeitsspanne eines Hamsters, aber er war ein Genie, wenn es darum ging, einen Gegner einzuschätzen. Selbst wenn der Gegner ein Felsen war. Er hatte gleich bemerkt, dass der Fels auf der linken Seite schief stand und kopflastig war. Über die letzten 17 Jahre war der Boden auf der Seite langsam weggebrochen. Darum musste Theseus jetzt nur noch dem Stein auf der rechten Seite einen guten Schubs geben und wegrollte er. Natürlich war Theseus nicht so genial darin, die Konsequenzen seines Tuns abzuschätzen. Der Felsen rauschte durch ein nahegelegenes Dorf, zerstörte mehrere Hütten und verstörte mehrere Schweine, bevor er zum Stillstand kam. Sorry, rief Theseus nach unten. Er kniete neben die Grube hin, wo der Felsen vorher gestanden hatte. Nettes Schwert und... Oh Mann! Schuhe! Theseus probierte die Sandalen an und rannte ein paar Runden um die Hügelkuppe, um sie einzulaufen. Pah, die passen super! Ja, sagte seine Mutter. Sie haben ausgezeichnete Einlagen. Aber Theseus, was dein Schicksal angeht... Ah, richtig! Er hüpfte herum wie ein Balletttänzer. Wie komme ich denn nach Athen? Es gibt zwei Routen, sagte seine Mutter. Eine ist ein leichter Trip über den Seeweg, quer über den Saronischen Golf. Langweilig! Theseus zog sein Schwert und rannte weiter in Kreisen. Er stach dabei imaginäre Feinde, obwohl seine Mutter ihm schon tausendmal gesagt hatte, nicht mit Messern zu rennen. Die andere Route ist über Land, sagte Aetra, was unglaublich gefährlich ist und verseucht mit geschmacklosen Outlet-Stores. Die Reise wird viele Tage brauchen und dich auf dem Weg wahrscheinlich umbringen. Fantastisch! Aetra wusste, dass er so reagieren würde. Er wählte immer den gefährlichsten Weg. Darum versuchte sie ihn wenigstens vor den vor ihm liegenden Gefahren zu warnen. Ich weiß von mindestens sechs tödlichen Feinden auf dem Weg, sagte sie. Ich erzähl dir jetzt von ihnen, also versuch aufzupassen. Theseus sprang durch die Gegend und durchschnitt die Luft. Ja, ich pass sowas von auf! Was? Aetra erzählte ihm alles, was sie wusste. Es war schwer für sie, konzentriert zu bleiben, weil Theseus in seinen neuen Sandalen Kung-Fu ausprobierte. Sie bezweifelte, dass er sich überhaupt ein Wort gemerkt hatte. Bitte, Sohn, flehte sie, die sechs Bösewichte auf der Stadt nach Athen sind viel schlimmer als die Banditen, die du von hier kennst. Sie haben das Reisen von Treuzen nach Athen über Generationen verhindert. Dann werde ich sie töten und die Straßen wieder sicher machen. Theseus gab seiner Mutter einen Kuss und rannte sogleich den Hügel hinab, während er mit seinem neuen Säbel winkte. Tschüss, Mom! Danke für alles! Aetra seufzte. Ohne den Wirbelsturm Theseus, der durch den Palast fegte, könnte sie tatsächlich vielleicht mal eine Nacht durchschlafen. Sie machte sich keine großen Sorgen um ihren Sohn unterwegs. Aber was die Banditen und Monster anging, die hatten keine Ahnung, was da auf sie zukam. Es dauerte nicht lang, bis Theseus auf seinen ersten Gegner stieß. Was gut war, denn er musste etwas überschüssige Energie loswerden. Er stapfte gerade über einen matschigen Pfad und genoss dabei die idyllische Landschaft aus abgestaubenen Bäumen und abgebrannten Dörfern, als ihm ein hünenhafter, hässlicher Kerl den Weg versperrte. Über seiner Schulter hing eine glänzende Bronzekeule. Um seine Füße herum war der Boden gespickt mit pelzigen, eingedellten Kugeln, wie vergammelte Melonen. Als Theseus näher kam, erkannte er, dass die Melonen menschliche Köpfe waren, die alle aus dem Matsch wuchsen und immer noch an Körpern hingen, die senkrecht begraben waren. Es schien ganz so, als wären sie der Reihe nach für eine schurkische Partie Haudenlucas verwendet worden. »Halt!« rührte der Kerl mit der Keule, was gänzlich überflüssig war, denn Theseus hatte schon angehalten, um die eingeschlagenen Köpfe zu begutachten. »Gib mir all deine Wertsachen, und dann werde ich dich umbringen!« Der Bandit war über zwei Meter zehn groß. Er war eine Spur schmaler als ein gepanzertes Fahrzeug, und sein Gesicht war so hässlich und geschwollen, dass es aussah, als hätte er sich mit Feuerameisen gewaschen. Seine Arme strotzten vor Muskeln, aber seine Beine waren verschrumpelt und unförmig und vom Oberschenkel bis zu den Knöcheln in bronzene Stützklammern eingezwängt. »Ich hab von dir gehört!« sagte Theseus. »Du bist Periphetes!« Seht ihr, er hatte doch den Geschichten seiner Mom gelauscht, was wieder mal beweist, dass ihr niemals einen ADHS-Helden unterschätzen solltet. Wir saugen viel mehr Informationen auf, als ihr uns zugestehen wollt. Im Kreis zu rennen und dabei mit dem Schwert zu fuchteln, ist nur unsere Art, sich zu konzentrieren. Jedenfalls war dieser Kerl Periphetes ein Halbgott, Sohn von Hephaestos, dessen Stärke und verkümmerten Beine er geerbt hatte. Er kniff die Augen immer so zusammen, dass die Leute manchmal glaubten, er hätte nur eins und wäre ein Zyklop. »Nichts für ungut, meine Zyklopenfreunde und Verwandte.« Periphetes schlug sich auf die Brust. »Mein Ruf eilt mir voraus!« »Wenn du weißt, wer ich bin, weißt du auch, dass es zwecklos ist, sich zu wehren!« »Was geht mit all den Köpfen?«, wollte Tesois wissen. »Hast du sie erst eingegraben und dann getötet?« Oder Periphetes lachte. »Haha! Ich hab sie mit meiner Keule ungespitzt in den Boden gerammt! Das ist, was ich immer mache! Darum werd ich auch der Keulenschwinger genannt!« »Ah!« Tesois kratzte sich unter den Achseln. »Ich dachte immer, sie nennen dich so, weil du deine Keulen, also deine Beine, immer so schwingen musst, um vorwärts zu kommen.« »Was? Nein! Ich bin gewalttätig und einschüchternd und ramme Leute in den Boden!« »Also, wenn ich dir eine Hähnchenkeule bringe, wirst du dann versuchen, sie über deine Schulter zu schwingen?« Periphetes zog eine Grimasse. Er war es nicht gewohnt, so verhöhnt zu werden. »Ich werd dich ausrauben und dann töten, mickriger Bursche! Das sind nette Schuhe! Gib sie her!« Er brachte seine mächtige Keule in Anschlag, aber Tesois begann nicht, wie er erwartet hatte, vor Angst zu schlottern. »Das ist eine nette Keule!«, sagte Tesois. »Ist das etwa eine mit Bronze beschlagene Holzkeule?« Stolz wärmte Periphetes Herz. Er war ein blutrünstiger Mörder, aber er war eben auch ein Sohn von Hephaestos. Er sah es gern, wenn die Leute seine Handwerkskunst bewunderten. »Aber ja! Ein solider Eichenkern, umhüllt von zwanzig Lagen Bronze!« »Ich finde, dadurch kriegt sie einen guten Schwung!« Tesois verzog das Gesicht. »Zwanzig Lagen Bronze?« »Echt jetzt, Mann? Dadurch wird sie doch viel zu schwer für jeden zum Schwingen!« »Ich bin stark!« »Ist das nicht vielleicht doch eher eine Styroporkeule, umwickelt mit ein bisschen Alufolie?« »Nein! Was fällt dir ein?« »Beweis es! Lass mich mal heben!« Periphetes sah nichts, was dagegen sprach. Er rechnete damit, dass dieser Winzling unter der Last der Keule zusammenbrechen würde, was sicher lustig wäre. Er gab Tesois die Keule. Anstatt zusammenzubrechen, schwang sie Tesois und traf Periphetes damit oben am Kopf, wodurch dieser sofort starb. »Jupp!« sagte Tesois. »Das ist mit Bronze umwickeltes Holz!« »Danke, Mann! Die werde ich behalten!« Periphetes protestierte nicht, denn er war tot. Tesois schwang sich seine neue Lieblingswaffe über die Schulter und setzte seine Reise fort. Er lief gelegentlich in die Wälder, um Eichhörnchen anzustarren, oder rannte wieder Blitz, um etwas Glänzendes am Wegesrand zu bestaunen, oder er hielt einfach so an, um einen Käfer zu begaffen. Da kommt doch sicher auch dieses alte Sprichwort her, zielos mit einem großen Stock rumlaufen. So ging doch die Redewendung, oder nicht? Auf seinem Weg nach Norden gingen ihm die klügeren Monster aus dem Weg, und den Dümmeren wurden die Köpfe eingeschlagen. Nach ein paar Tagen kam Tesois an der schmalen Landbrücke an, die den Peloponnes mit dem nördlichen Festland, genannt Attika, verbannt. Dadurch, dass es eine natürliche Engstelle war, tummelten sich dort haufenweise Banditen. Tesois schlenderte durch einen Wald von hohen Fichten, als er einen Typen sah, der wie ein Holzfäller angezogen war. Jeans, Flanellhemd, buschiger schwarzer Bart und eine Mütze auf seinem lockigen Haar. Irgendwie hatte er es geschafft, eine 20 Meter hohe Fichte zu biegen und die Spitze mit beiden Händen am Boden festzuhalten. Der Mann grinste, als er Tesois sah. Hallo, Fremder! Mein Name ist Sinis, und dort drüben ist meine Tochter Perigone. Eine hübsche junge Frau in einem Flanellkleid spähte hinter einem Baum hervor. Sie wirkte nervös, ihr Gesichtsausdruck schien zu sagen, rette dich, schnell! Tesois lächelte den Holzfäller an. Warum hältst du diese Fichte da am Boden fest? Ach, das ist nur eins meiner Hobbys, sagte Sinis. Man nennt mich den Fichtenbeuger. Klang voller Spitzname. Ja, ich fordere Leute auch gern heraus. Jeder, der auch so eine Fichte biegen kann wie ich, darf meine Tochter heiraten. Bis jetzt hat das noch niemand geschafft. Willst du es mal versuchen? Tesois trat näher heran. Er konnte sehen, wie Sinis' Arme zitterten. Eine ausgewachsene Fichte so unten zu halten, war selbst für einen Kerl voller Muskeln und mit reichlich Erfahrung nicht einfach. Glücklicherweise hatte Aetra Tesois von Sinis erzählt, also wusste er, was ihn erwartete. Sinis war ein Sohn von Poseidon. Er hatte die Superkräfte seines Vaters geerbt und die Fähigkeit, fast überall einen festen Stand finden zu können. Ich nehme an, weil Poseidon der Erdrüttler war und selbst die Wurzeln der Erde erschüttern konnte. Ich habe diese Fähigkeit nicht von Poseidon geerbt. Aber man kann ja auch nicht alles haben, oder? Als Sinis jung war, hatte er Spaß daran gefunden, hohe Bäume zu biegen und sie dann loszulassen, womit er Wassermelonen und niedliche Waldtierchen in die Stratosphäre katapultierte. Er war in dieser Hinsicht echt begabt. Dann entdeckte er, dass er auch Menschen katapultieren konnte. Er musste sie nur dazu bringen oder sie zwingen, sich an der Spitze des Baumes festzuhalten, während er sie nach hinten gebogen hatte. Über die Jahre hatte er sein Hobby perfektioniert. Manchmal band er auch die Arme seiner Opfer an den Baumwipfel fest, damit sie nicht loslassen konnten. Manchmal bog er zwei Bäume gleichzeitig. Dann, dadurch, dass er keine Hand mehr frei hatte, musste Perigone den linken Arm seines Opfers an dem einen, den rechten an dem anderen Baum festbinden. Dann ließ Sinis beide Bäume gleichzeitig zurückschnappen. Mann, war das ein Spaß! Man wusste nie, wie viel eines jeden Opfers in welche Richtung davonfliegen würde. Interessante Herausforderung, sagte Theseus. Hypothetisch gesprochen, was würde passieren, wenn ich ablehne? Oh, dann würdest du hypothetisch gesprochen die Schönheit meiner Tochter beleidigen und ich müsste dich zu einer viel härteren Probe herausfordern. Ich würde dich an zwei Fichten festbinden, an jedem Handgelenk eine, dann würde ich dich zwingen, sie solange du kannst unten zu halten. Wenn du dann irgendwann müde wirst, gecheckt, sagte Theseus. Also kann ich entweder eine Fichte biegen und habe die Chance auf ein hübsches Mädchen, oder ich kann zwei davon biegen und gewinne den sicheren Tod.